ja willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Bad Horse heute wieder auf Hypixel, wo auch sonst, klar ich würde sagen, wir leben in den Club, oder? da hatte ich tatsächlich relativ viel Glück, dass mir gerade keiner angekriegt hat ich spiele sonst öfter das Bad Horse in vierer Teams und da stelle ich mich ja immer alle was immer hier in diesen Ressourcen-Sammel-Dingsbums dar ich habe jetzt irgendwie ausgewohnen, hat das ebenfalls gemacht und hoffentlich ist ja so, dass im Bad Horse mit 1 oder 2 Leuten pro Team gerne mal sofort durchgewaschen wird da hatte ich ja relativ viel Glück gehabt das blaue Team lebt noch da drüben ist Team Weiß, das lebt glaube ich nicht mehr, oder? das lebt nicht mehr, dann gehen wir rüber und dann hä? was passiert? was passiert? hä? hätte das einfach geliebt, oder was? hä? was passiert? alles klar habe ich auch kein großes Problem mit wir werden nicht angegriffen, wer ist da drüben denn da ist grün und gelb grün ist tot, gelb lebt nur der eine hä? was ist noch los hier? da drüben, grau und pink grau ist tot, pink lebt, äh rosa lebt noch da drüben rüber puh, das ist ne Runde heute ich bin dann mal gespannt, ob dieses Video 50 kommt heute ganz einfach aus diesem Grund dass wir jetzt gerade schon Samstag, also den gestrigen Tag für euch 22.28 Uhr haben und äh, so ein Video mit Replay-Mod ist halt nicht in 2 Sekunden erstellt vielleicht war das nicht die klügste Entscheidung, aber oh Gott nein naja, wir bauen beide ein alle alle hallo spiel pink geht weg der bekriegt glaube ich kein Acqua wenn ich Glück habe, kann ich ihn ein und direkt abräumen aber das glaube ich nicht ich muss mich lieber noch aus ne, ich nehme es, ich gehe jetzt auf vorne da wobei, das ist eigentlich eine schlechte Idee vielleicht spiel ich lieber wenn ich noch mehr Gold habe, wo dann den Mittelwestenbogen für Fährscher die Gold kaufen kann weil, den könnte ich gleich rausnehmen und da hätte ich nur 8 Zeilen ich hätte den Boden kaufen sollen scheiße oh scheiße, das ist der pinke hier unten wie das hier drin ist AQUA 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 das ist der pinke hier oben wahrscheinlich zu mir geht das ist der pinke oh scheiße ah scheiße, das war fast klar jetzt wird er zu mir kommen, oder? kommt er zu mir? er ist nicht da, oder? er ist nicht da das bedeutet ausrüsten ok, wir gehen auf volle, wir gehen auf volle fallen geht's, wenn er uns spaß ist, dann bin ich im Arsch das wird nichts das wird nichts das wird keiner wirklich ja ja klar oh mein Gott oh mein Gott war das knapp ich hab mich nur so tot gesehen nein scheiße ich hab ihn nicht gesehen, ach du einiges ich bin tot, 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 tot Ich kann nur so viel Glück mit am Leben haben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich habe nicht zu viel Scheiße, aber das wäre du. Wenn ich die Scheiße habe, ist das egal. Ach du Heiliges. Ja, 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 ja. Yes, 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 yes. Oh mein Gott, was ist das für ein Mist. Was ist das für ein Mist. Was ist das für ein Mist. Heiliges. Das wäre richtig blöd. Äh, Junge. Das war so dumm. 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 Kann ich da durchrennen, schnell? Kann ich da schnell durchrennen? Oh, YOLO! YOLO! Scheiße, das war so dumm! Scheiße, das war so dumm! Scheiße! YOLO durch! YOLO, YOLO, YOLO! Vollkommen YOLO! Scheiße, das war so dumm! Alter, ist das nein! Was ist das? Nein, 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 nein! Der muss ich da eigentlich töten, um welcher Grasbrot oder Art. Okay, er geht zu mir und ich geht zu ihm. Hä? Wo ist das? Hä? War da drüben? Nein, ich werde mich drüben damit. So. So. Du lässt mich doch so ein Arsch! Ah, Scheiße! Ich bin zurückkehren. Yo, Jigi! Ja, so eine Scheiße, äh, Junge! Ja, klar! Wie kann man nur so lächerlich sein? Also, sorry! Und da sind wir wieder! Ich würde sagen, sammeln wir gar nicht so viele Ressourcen wie letztes Mal! Sondern gehen sofort ein! Äh, gehen sofort ein! Genau, das ist ne Blume, wir gehen ein! Ähm, ne, wir gehen sofort einkaufen! Sobald wir ein bisschen haben! Und zwar jetzt ist das der Fall, weil ich manchmal einen Spitzhack kaufen und ein paar Blöckchen! Äh, ne, so! Und rein! Ja, ich glaube, ich glaube! Ja, genau das meine ich mit Russia aus der letzten Runde! Hm, genau das! Ja, ja, klar! Ja, 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 genau! Ah! Ich habe der Wendy noch einmal ne gute Kombo gegeben! Ah! Shit! Naja, okay! Und dann würde ich sagen, zusammen mit meinem Roboter hier, verabschiede ich mich! Und dann habe ich das in der Zeit noch kurz angemerkt! Abonniert doch den Kanal! Das ist so ein Geheimtipp! Wenn ihr keinen Video mehr verpassen wollt! Ich habe gesehen, dass über 50% der Leute, die meine Videos schauen, noch nicht den Kanal abonniert haben! Das ist nicht so gut! Ja? Also abonniert den Kanal! Und bleibt doch auf jeden Fall das Video! Und schreibt doch einen Kommentar! Was ja verbessern würdet oder ob ihr es gut fandet oder was auch immer! Dann wünsche ich euch einfach das was! Bis zum nächsten Mal und ciao! Und dann wünsche ich euch einfach das was! Tschüss! Tschüss!